Willkommen zurück zu einer neuen Runde TTT. Immer noch mit Zarok, Brother, Swiss, Moza, Mochi. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zum Pissen zu gehen. Macht nix. Ich habe langsam nicht keinen Lust mehr. Lass laufen. Warum hat der Mochi jetzt schon wieder keinen Bock mehr? Weil ich gerade mega gut bin. Du hast vorhin gerellt. Die beste Runde aller Zeiten. Ich habe keine Waffe. Moza hat keine Waffe. Das ist sehr auffällig. Ich glaube Swiss ist es nicht. Der hätte mich fassen können. Ich bin voll motiviert und das wird jetzt... Wieso läufst du schon wieder mit einer Flashlight rum? Hinter dir ist einer. Mochi kommt hinter dir. Zarok. Mochi wollte mir letztens auch einen Header geben. Dann habe ich ihn mit dem Header weggemacht. Der war Traitor. Dann kommt der Mono als Innocent um die Ecke und macht mich weg. Ja. Ja. Aber dein Header war auch random. Nein, weil du zuerst auf mich geschossen hast. Du hast mich sogar getroffen. Ja. Getroffen, getroffen, getroffen. Dann habe ich dir aber keinen Header gegeben. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich Inno bin? Mochi, geh hier raus. Bin auch Inno. Ich lasse den Fass explodieren. Das machen nur Zweiter. Ja, der Moza ist es. Ja, genau. Für den Regulator. Da sind auch schon wieder so wenig Waffen. Ich glaube der Moza hat einen Abgang gemacht. Swiss ist es. Swiss ist es. Nein, ich habe noch keinen Abgang gemacht. Swiss hat auf mich ge... Wenn du mir sagst von wo? Ich habe hier oben jemand. Swiss ist weg. Mochi war Innocent, der ist hier oben. Ja, Swiss ist weg. Das ist wohl der Bro noch, oder? Nein. Moza, lebst du noch? Ach NÖSELSE! Bro, lass nich in Ruhe, ich will die Punkte... Ha, der Duke... Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt! Wo ist der denn da oben an seiner Stammposition? Das ist unfair! Aber das ist schade, dass du dich tatsächlich mit dem ersten Hit gleich geholt hast. Und ich den Mono nicht mit dem ersten Hit geholt habe. Ey, dann musst du ja wieder mit so einem Bullshit arbeiten. Du hast dich wahrscheinlich gerade bewegt, ich war eigentlich direkt auf deinem Kopf, du standst so schön ruhig da. Ja, ich habe gesehen, dass du ruhig standst und habe gedacht, Moment, da gehe ich mal lieber wieder in Deckung. Ja, und dann in dem Moment, eine halbe Sekunde vorher, du hättest gar nichts mehr gesagt. Boah, Alter, wie der Swiss kassiert hat, ey. Da muss ich mal sagen, das war richtig gut geschossen, da habe ich dem Swiss direkt einen reingedrückt. Ja, tatsächlich. Ich war ziemlich schnell weg. Weg. Das ist ein ziemlich gefährliches Fass. Dem Swiss habe ich da wirklich einen reingezwirbelt. Ich weiß nicht, Broder, aber hast du auf mich geschossen? Hä? Womit hast du auf mich geschossen? Ein Sniper. Ganz normal. Irgendwo unter mir geht was kaputt, wer ist das da vorne, der Moser? Da habe ich ein Heli kassiert. Ich bin der nur... Hau ab! Wo bist du denn überhaupt? Ah. Puh. Magst du das nicht, wenn ich mir so traue ab? Ich? Meinst du mich, oder? Ich weiß nicht, jemand hat gesagt, hau ab. Ich war da. Ich bin auf Turm mit Moser. Achso, okay. Einer ist... Moser ist bei... Genau, Moser ist bei dem Zwillings-Taus. Genau, der ist mit mir auch. Oh, ich bin direkt hier neben dem Pass. Der Moser macht irgendein Bullshit. Ja, ich will fliegen. Trader. Okay, also einen Toten haben wir schon mal. Meinst du Moser gleich, oder meinst du... Moser gleich, meine ich. Der wird nämlich da schön runterfallen. Ich... Brother, hol dir Newton runter. Okay. Da kommt Brother zu mir. Wounded. Ja. Von einer Leiter, ja. Ja. Oder was anderes. Was anderes? Was ist denn was anderes? Wounded, ja! Von einer Leiter, ja! Wenn ich jetzt gleich tot bin, ist es... Hat dir jemand eine Leiter ins Gesicht gehauen? Oh. Ey! Ey! Fass! Fass! Zahra! 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 Er hat ihm den Wunsch erfüllt jetzt. Seht's noch? Ja, auch nicht. Okay, Zahra, jetzt ist es. Das halte ich für ein Gerücht. Wieso das denn jetzt auf einmal? Weiß ich nicht! Fass in die Luft zu jagen, ist ja mal irgendwie... Ich würde der Presse nicht alles glauben, was sie erzählt. Also, dass da was explodiert, das habe ich auch mitgekriegt. Ja, da hat sich der Moser mal schön selbst hier explodieren lassen. Brother, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Gut. Äh, Mono? Ja. Dann hole ich mir mal die Minuspunkte für Zahrog. Was ist es da? Was ist da? Und du so auch etwas? Ja, das war mir... Ja, was bist du nicht? poopst du nicht! Wie ist das? Wie ist das? Die Welt ist schade? Ich habe dich doch gerade noch gesehen. Das gibt einen Qualitätssiegel. Ich will dich. Ich bin der Unterhase. Das ist nicht zufrieden. Was ist denn? Ich bin der Unterhase. Ich weiß nicht, wo alle sind. Ich bin der Hälfte. Ich bin der Unterhase. Ich bin der Unterhase. Ich weine. Ich bin der Unterhase. Ich bin der Unterhase. Ich bin der Unterhase. Ich lebe nicht mehr. Okay. In der Erde erkläre ich auch nicht mehr. Mono? Was machen wir denn jetzt? Mono, bist du tot? Ich würde sagen, ich bleibe in meiner Ecke und du bleibst in deiner Ecke, oder? Bist du Inno? Ja. Ja. Ja gut, dann bleiben wir da. Kann ich mitgeben. Ja, danke Mono! Wow! Du bist mir leid, als bist du das musste. Hast du dich selbst runtergekriegelt? Oh ja! Ich habe es aber angesagt. Ich habe den Schreck meines Todes gekriegt. Was war das überhaupt im Geräusch, was du da gemacht hast? Ich mit der Melone spring runter. Weißt du nicht? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Und mir fällt dann auf, fuck, ich habe nicht mehr so viel Platz, damit ich der Melone selbst ausweiche. Ach, scheiß drauf. Und ich habe das voll von oben gesehen. Nice! Wie du dich von hinten anschleichst und dann boom und bald haut es weg. Ich habe meinen Teil beigetragen. Ich habe zwei Leute weggemacht. Ich wäre absolut verwirrt. Ich habe, weiß ich gar nicht, mindestens einen, ich glaube aber auch zwei. Nice, das ist ja Arbeitsteilung. Oh, ey. Dass ich den Moser nicht auch mit dem ersten Schuss weggekriegt habe, ist aber auch ein frecher Gewicht. Ich wusste halt, wow, der Moser bei mir. Ich habe es überhaupt weh. Ich wusste halt überhaupt nicht mehr, ich wusste nicht wer lebt. Ey, ich glaube mein Gesicht sieht so aus, als hätte ich zu viel Vitamin C ziehen gewissen. Ich bin voll am schwitzen. Hast du dich gerade selbst meine Fass gekillt? Ne, ich leb noch. Aber 20 Schaden habe ich mir gemacht. Ohohohoho. Übertreibe nicht. Boah. Da ist der Moser. Wo? Hier. Hi. Wo? Lass mich doch jetzt da vorbei, sonst fahre ich runter. Hast du gerade auf mich geschossen? Kann man, kann man den Steg da weg machen? Warte, ich mach mal das Fass. Warte, Moser, pass auf! Hilfe! Wir werden geschossen. Ich glaube Sniper-Turm. Sniper-Turm. Ja. Es ist ein Schnipperturm. Okay. Also ist eine Vermutung. Ich habe halt nur eine Schrotze. Und ich habe natürlich eine Schottke. Also im Sniper-Turm, da sehe ich nichts. Ich habe gerade was gesehen. Es ist auf alle Fälle von da einen Schuss her gekommen. Ey. Ich kriege, ich kriege ab. Ja, ich habe was vom Sniper-Turm abgekommen eindeutig. Aua nochmal. Aua. Ich habe nur zwei. Dann versteck dich irgendwo. Ey. Brother, Brother, Brother. Brother ist hier. Wenn ich sterbe, ist es Brother. Ich habe nur eine Leiche gefunden. Irgendwer ist umgefallen. Ey, jetzt fängt es schon langsam an Angst zu machen. Wer lebt denn noch? Lass uns mal durchzählen. Mono. Yep. Swiss. Lol. Da hinten ist einer. Swiss. Warum hast du das? Also ich glaube der Bro ist es nicht. Der hätte mich nämlich gut gehalten. Lebst du noch? Ich lebe noch. Bro, lebst du noch? Na dann hat sich das auch erledigt. Mochi? Okay, ich schieße auf alles, was sich bewegt. Mochi? Okay, ich schieße auf alles, was sich bewegt. Bist du halt einfach zu schnell im Zielen. Ich habe die wilde Akra nicht gefunden in Traitor. Ich suche da und nachdem... Swiss war wieder gute Arbeitsteilung. Ich so, fuck, wo ist denn der? Hab ich gesehen, Radar, der ist irgendwie direkt neben mir. Ich so, Rifle, das ist ja nicht schlecht. Ich hab, ich hab dir mal geholfen. Ja, danke. Also Mono hätte ich jetzt auch noch. Wo war denn der? Richtung Sniper-Turm? Penishaus. Penishaus. Achso, ja, da hat mein Radar auch angezeigt. Nicht lachen, das heißt so. Aha, er hat Penis gesagt. So, ich will jetzt noch mal fliegen. Okay. Komm her, ich bin... Du musst für den Aufzug gehen. Stimmt. Du bist noch los. Ich fliege, ich fliege. Wenn du du kannst, werde ich Traitor, dann lass ich dich fliegen. Ich fliege. Seht ihr mich? Das ist ja shit, bei der letzten Session war ich so oft Traitor. Jetzt... Ja, das gleicht ich mal aus. Das sagst du jetzt, wo du gerade Traitor gewonnen hast. Oh nein, Mochi bei mir. Seht ihr mich fliegen? Nö. Ja. Ich fliege. Mochi bei mir. Wo ist der denn? Da oben. Wenn er jetzt Traitor ist, ist es jetzt. Wieso dreht er sich mal um? Willst du mich gerade immer abschießen, oder was? Ja, immer wenn ich dich abschießen will. Drehst du dich um? So voll frech. Voll frech, Junge. Ah, ich hab mich selber auch eingesperrt. Das ist natürlich nice, Peter. Ich glaub, Mochi ist so ne ehrliche Seele. Die meint das sogar ernst. Mochi ist runtergefallen! Hast du das gesehen? Ja, ich hab ihn auf Band. Ich hab's auch auf Band. Die Frage ist, ist der denn jetzt? Oder ist der denn jetzt nicht? Ach du, Fass, ich mach'n Fass. Bro, liebst du noch? Weiß ich nicht. Wir wissen's nicht. Wir werden's nie wissen. Er ist irgendwo da unten. Smith, guck mal nach, ob der denn das ist. Du kannst dir ruhig runter. Dann passiert nichts. Meinst du, ich schaff das in einer halben Sekunde, bevor ich auf dem Boden aufklatsche, ihn noch zu identifizieren? Bro. Geht ab zwei. Mono, du lebst noch? Mhm. Das ist gut. Oh Gott! Moser? Ja. Ich bin da. Wo seid ihr alle? Ich seh' niemanden. Nein. Also der Mochi ist weg. Mono, du lebst noch, Bro, hab' ich gesehen. Swiss lebt noch und der Moser lebt noch. Ja. Ja, und ich seh' keine Sau. Mach' mal da hinten die Fenster eben auf. Ob das wirklich klug war, ist die Frage. Wo seid ihr alle hin? Oh. Moser. Nice. Okay. Das war der Mochi. Hab' ich auch auf Band. Mochi, was war das denn? Äh, bisschen gestolpert, ne? Hab' mir die Swiss anguckt. Da liegt da, da liegt da, da liegt einer. Und bin rückwärts gelaufen. Das war ziemlich witzig. Ey, Moser, das war aber auch ne Kurzschlussreaktion, ne? Und tatsächlich. Ja, ich weiß. Sag' mir eiskalt ins Gesicht. Immer wenn ich dich machen will, drehst du dich um. Und dann ist da Traitor. Oh, da steht jemand hinter mir. Besser gleich schießen. Ähm. Das war auch das letzte Mal auf Rooftops, da hab' ich gesagt, ich bin Traitor. Also oft so ein Scheiß. Stimmt! Wie viel Traitors sind wir denn? Zwei sind wir! Ja, weil jeder denkt, man kann nicht so dumm sein. Das stimmt. Aber es funktioniert manchmal. Aber man kann so dumm sein. Ich verspreche dir, das nächste Mal, wenn du das sagst, mach' ich dich einfach. Ja, dann gut. Dann wird du... Hat er viele Punkte? Ey, schon wieder Innocent. Möser! Naja. Mehr als du, aber... Zahok ist immer noch führender. Moser, Moser will hier rein! Moser ist hier drinnen! Ich will flüchten! Wo ist hier? Hilfe! Entspann dich! Komm! Hm... Eigentlich hab' ich ne Punktzahl für Hashtag für Minuspunkte! Hashtag für Minuspunkte! Was hat da vorne? Moser wurde gefasst oder nicht auf dem Pool okay hinterm Haus Moser wurde hardcore hardcore gefasst ja wenn er gefasst wurde sonst hätte ich das nicht gesagt oder wenn der hardcore gefasst ja dann wird er wahrscheinlich tot sein meistens da vorne ist einer das mochi da läuft auf mich zu das mag ich nicht wo ist er ich hab den Rest nicht gesehen ich hab nur mitgekriegt wie der Moser gefasst würde das ist die Waffelzeit die Waffelzeit Mono steht hier Mono Rifle ja ich hab das Fenster aufgemacht kann ich dir gleich sagen der war innocent wer auch immer zwischen den Zwingstürmen ist der Swiss kommt zu mir das wirst du mich jetzt machen der Swiss macht mich jetzt 321 der macht mich jetzt warte mal da ist aber meine da ist meine Shotgun bei dir nicht gut der Swiss macht mich jetzt also nur Taro könnte mich jetzt machen kommen wir eigentlich hier durch den Notausgang durch das macht mich jetzt was für ein Notausgang Klappe da ist Taro hinter mir glaube ich nicht ich glaube der Swiss macht mich jetzt der benimmt sich sollte mich jetzt machen Taro ich hab mega Angst der benimmt sich immer so wenn er euch an macht ich hab nur Angst vor euch allen wo ist denn es ist ein echter Rest da vorne ist passiert irgendwas da vorne passiert jemand der Chance ja das wird jetzt irgendwie komplizierter als erwartet so alter lebt der Banner noch? ja ich lebte noch ich lebte noch? ich lebte noch ist das guck mal da tappt ihr da richtig ich werde das Übrige einfach töten Okay. und wer macht es so spannend ich schlafe gleich ein ich auch gemütlich komm doch da kommt echt jetzt was genau das wie viel zeit haben wir denn noch also ich kann ja zwei minuten drei minuten es ist langweilig halt ja dann tut mir auch ein bisschen leid für den sarok dann mach es doch spannender mach es spannend ich fall hier runter bin ich tot danach ist mir auch gerade mir auch ich pisse diese runde einfach gerade richtig hart an das ist alles es ist einfach alles schief gelaufen außer dass ich noch lebe ja und hier meine damen und herren sehen sie ein swiss in der freien wild waren der komplett planlos und überfordert ist boah ey das ist echt die langweiligste runde ever ist es auch aber ich komm hier einfach nicht vor und zurück der junge macht aber das heißt ja auch rein und raus boah die map ist scheiße boah ey ich glaub hier muss man irgendeine musik anwenden danke smith was war das überhaupt ja was läufst du denn da rein weil ich den machen will dann setzt der friendship beam auf uns zwei da ja der stand doch direkt hinter mir der ganzen ja ne ich hab dich gesehen ich hab gesehen wie er runter gegangen ist war ich zumindest der meinung der radarpunkt war zwar noch da aber naja scheiß drauf also das nächste mal wenn ich das gefühl hab der swiss ist es dann mach ich n ich bin da nicht weil das ist ohne witz so oft hab ich gedacht okay ich glaube jetzt ist das übrigens und dann war es wirklich der Moser wurde hart gefasst ey 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 schmeiß das nicht so der wurde auch hart gefasst ey ohne witz ich schieß dich jetzt ab egal ob ich egal was bin und ob du irgendwas bist ich bin tot und jetzt bin ich wieder da machst du das jetzt wirklich ja denn immer nur Traitor immer jeder okay mach den mach den es war ein versprechen mach den wo ist sarok du wolltest mich machen du hast du es ja ja sarok ist kannst du mich machen wieso ist sarok das sarok ist ich hab keine melone abgekriegt ich auch ich auch Tarok ist auf den Boden der Tatsache aber bleibst du noch ja Mose hau ab ich hab jetzt keine Zeit für das du sollst abhauen ja der kann ja nicht das ist unfair wow Mochi ist der runtergefallen oder hast du den runtergefallen? ja der ist runtergefallen durch Skitter durch ups oh man jetzt krieg ich mir voll Spaß mit den Minuspunkten wieso kriegst du ja Minuspunkte wenn der fällt der ist nicht gefallen ich hab den weggemacht weil er auf mich geschossen hat so end of story ist der fällt durch Skitter mit seinen ganzen Molekülen ok wer lebt denn sonst noch? ich wer ist ich? auf mich wird geschossen mich kein alzarok ha bro lebst du noch? ja bist du da wieder oben auf deiner Posi? da oben ist er ja der ist auf seiner Posi alles klar ja Mono willst du damit sagen du bist dit? nee will ich damit eigentlich nicht sagen wieso? Mochi lebst du noch oder wurde der weggefasst? so gut wie noch keinen gesehen in dieser Runde ja ich hab den Mozer leider nicht konfirmen können aber wenn der Traitor warnt du bist so ein Spasten der Bro ist aber hart hört ja weil ich angeschossen wurde hart hört ist er hart hört soll ich den weg machen? mach den mal weg ja ok der Mono ist es ja alles klar nein nein ist nicht meine Runde hier nein was passiert? nix bro lebst noch? nein tut er nicht auch nö jetzt wird der auch noch erster ja dann bist du es oder willst du sagen du bist es nicht zahlrock? ist doch jetzt egal wir sind noch die beiden letzten ja vielleicht ja nicht ja kannst du noch sagen du bist es nicht ich bin es nicht so punkt fertig so dass du mir weismachen willst da lebt noch einer und machen willst du mich jetzt trotzdem das Fass war zu spät ich hab dich überhaupt nicht gesehen ich hab das Fass mir weg gemacht weil da ein Fass war aber das war ja auch nicht mein Fass weiß ich nicht außerdem oder der Mochi lebt wieder und macht hier wieder einen vollidiot vollidiot? ja wie immer korrekt hab ich in der Runde scheinbar zwei Indocenter gemacht ja weil es Traitor ist das so in Ordnung ich bin ja kein Traitor das ist ja das Problem ja ich aber auch nicht das glaube ich dir jetzt nicht mal ja ich schwöre dann bleib du in deiner Ecke ich bleib in meiner Ecke das kennen wir schon wenn du kommst was du machen wirst weil du Traitor bist wo ist deine Ecke? mach ich dich das sag ich dir doch nicht aber du weißt es ja du hast ja ein Radar ja das stimmt natürlich Alter du Scheißfass hau ab jetzt was war das? ist jemand gegen das Mikro gekommen? weil der Muse ich glaube der Muse ist sauer komm jetzt mach mich doch ich hab doch eh nicht mehr viel ich auch nicht ja war klar gut gemacht Zauber da ist der Mochi ich hab Mochi gemacht hab ich tatsächlich einen Traitor weg gemacht? wow ja hab ich ja hab ich hätte ich wahrscheinlich noch länger gewahrt 26 hat sich irgendwann gewahrt Bro schön ich gratuliere dir ich gratuliere dir zum geteilten ersten Platz ja thank you very much ey Mochi du wirst ziemlich scheiße oh er hat einen Waffenachteil in der Position war das ok ich will dann für eine Map ne zweiter Platz weil die sind ja beide erster Platz dann gib dir den dritten Platz nein ach nö ne ne wenn ihr beide erster seid bin ich zweiter dann gibt es es gibt wenn du bei Formel 1 sind wo beide oder erster sind gibt es dann den dritten und bei Marvel kann das dann auch so ja aber wir sind ja nicht bei Formel 1 wir sind ja bei TTT ach so wirst du sagen Mose du wirst richtig scheiße